Das Thema bei Sandra Maischberger. Der Grüne, den die Schwarzen lieben. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel zurzeit sehr wichtig ist in der ganzen europäischen Krise. Dass sie mir ganz schwer vorstellen kann, wer das sonst machen kann. Dass ich sie sehr schätze und dass der Kurs, den sie fährt, den halte ich für richtig. Das ist CDU plus Krütenwanderung. Der Klimawandel gehört zu den ganz großen Krisen der Menschheit. Da geht es nicht um irgendeinen grünen Tüttelkram. Ich dachte immer, die Grünen sind in dem Sinne eine linke Partei. Es gibt ja zwei linke Parteien. Die Sozialdemokraten und noch eine radikalisierte Form, die Linke. Warum sollen wir jetzt auch noch links sein? Ein Bruttler. Was ist denn das? Das ist eine schwäbische Eigenschaft, das Brutteln. Das ist, wenn man so ein bisschen missmutig vor sich hin bruttelt. Das wird im Schwaben natürlich wiedererkannt und gemocht. Ich glaube schon, dass Herr Kretschmann ein guter Bundespräsident sein könnte. Wir hatten schon einen sehr guten schwäbischen Bundespräsidenten. Theodor Reuss, der hat übrigens auch sehr geschwäbelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017